Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde wieder Verkauf dein Haus. Irgendwie sehr beliebt bei euch. Ich mag es auch. Gebaut von dem echten Maxify, Freunde. Ich kann euch das hier zeigen. Warte, die haben die Einstellungen hier alle komplett verändert. Wie geht man nochmal auf Freunde? Ah, Escape. Ja, Maxify hat die Map für mich gebaut, Freunde. Kurs geht raus an Maxify. Dankeschön dafür. Mit dabei heute ist Oteman. Hello, guckst du, ich habe einen Stift, kann brennen und dann kann Stecke im Micken seine Asch. Micken Statement? Ah, wir kennen das schon. Micken ist wieder nicht. Da, Freunde. So ein Ding ist das. Wir haben hier unseren Startgehalt. Ich habe mir nichts gesagt. Wir haben hier unseren Startgehalt. Tausend Münzen. Es gibt sechs Häuser und jeder hat wieder zwei. Ihr wisst, wie das läuft. Kurs geht raus an Free Winter für die Map, Freunde. Wunderschön bis jetzt. Wollt ihr euren Skin nochmal ändern oder wollt ihr so bleiben? Ich bin ja nicht mehr. Oteman, lass doch so. Ah, ich mag Rick nicht. Der passt nicht zu mir. Hä? Du redest auch immer einen Röps dabei, Digga. Aber das Ding ist, ich bin halt dick, weißt du? Deswegen passt der mehr zu mir. Hello? Ja, der passt echt zu dir. Okay, komm rein! Oh, cringe. Wir müssen den Knopf hier drücken. Ah! Wenn ihr mit einer Stage fertig seid, einfach wieder zum Taxi gehen. Oh! In jedem Haus gibt es vier Waffen. Gebaut von Free Winter. Technik lazy. Okay, Kurs geht raus. Äh... Hier raus, hier raus, hier raus. Ah, und dann müssen wir später wieder hier runterkommen. Wir können hier nicht raus. Free Winter, komm her, zeig uns. Taxi, 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 Taxi. Wir müssen Taxi, Jungs. Hier, hier, bei mir. Komm, losfahren, Jungs. Ah, rein! Let's go! Okay, er ist schon da. Achso, Digga, er hat auch immer Cheats. Münzen behalten. Junge, das ist ja nicht, das ist ein Holo, André. Äh, bezahlen, Münzen behalten. Das ist ja nicht, das ist ein Holo. Zweimal cringe auf einmal, Freunde. Egal. Okay, ich würde sagen, Scoreboard, wer die höchste Zahl hat, darf das erste Haus sozusagen verkaufen. Ich habe eine vier oder mal eine fünf. Ich habe kein Soundboard. Milkan hat eine fünf. Okay, dann machen wir... Oh, wir müssen stecken. Ja. Neun. Und du? Neun. Digga, nicht euer Ernst. Okay, nochmal. Vier? Zwei. Okay, Milkan. Geh rein, verkauf uns dein Haus. Geh rein. Ich verkaufe euch jetzt mein Haus. Okay. Warte mal ganz kurz. Okay, was sagst du schon mal zu seinem ersten Eindruck? Digga, er sagt so uff. Er sagt so uff. Das war so... Das war so... Ja, okay, ich muss das eigentlich verkaufen, Digga. Ja, 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 so. Das ist eigentlich Müll, aber... 300. 301. Das ist teuer, Digga. Das ist für 301. 302. Spaß. 350. Boah. Wir müssen 50er-Steps gehen, André. Ja. Ja, ich sag... Ich sag, kannst du nehmen. Ja, okay. 350. Ich mach hier. Ich hab das... Ich kenn Milkan zu gut, Digga. Ich zahl hier ein. 350, Digga. Okay, wir schauen uns das an. André, guck. 300. Er ist schon wild, oder? Man hat sich gelohnt, Digga. 300. Und 350. 100 Jahre Garantie, Digga. Geh rein. Iiii. Farmers. Dann gibt's Dünnerspieß. Geh, Digga. Staubsauger. Staubsauger. Und Pistoll. Junge. Ah, nee, das ist Maschine. Ich muss dich doch beten. Digga, das hab ich sofort gemerkt an Milkans Verhalten, Digga. Das ist Maschine. Äh, warte mal. Müssen wir jetzt immer wieder ins Taxi? Nee, ne? Nein, hier ist drei. Ah, hier ist zwei. Warte, hier ist zwei. Okay, Milkan und ich, äh, Oman und ich, äh, Skorbot. Achso. Acht. Ich hab ein... Äh, du hast ein Drei. Ah, Digga. Okay, ich geh rein. Hä? Ich find gar keine Waffen. Perfekt, Digga. Ja, ist okay. Mal gucken, was es oben gibt. Jetzt macht er so. Oh. Hä? Ja, ja, safe. Die Waffen sind todeshart versteckt. Oder er macht so, oh, ist die Waffe neu? Ja, ja, ja. Immer, Digga. Und dann ist da nur so, so, keine Ahnung. Hä, warte mal. Ich glaub, ich find die Waffen nicht. Du glaubst, du findest die Waffen nicht? Ja, bis jetzt. Wie viele Waffen gibt es immer? Vier, ne? Äh, ich glaub... Nee, ich hab... Ja, vier. Er sagt vier. Ich hab bis jetzt so zwei gefoundet. Mit Power kommt. Mit Power kommt. Free Winner. Ja? Ja, die und die. Okay, okay. Er zeigt mir, wo die anderen sind. Digga, schlepp mich ab. Komm. Ah, da. Okay, 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 Digga. Ja, Digga, warum machst du sie so hart versteckt? Okay. Vier Waffen. Ich sag euch, zwei davon. Hä? Aber zwei andere, schon gut. Schon gut. Aha, aha, aha. Startgeburt 200 aber nur. Ich will es eigentlich nicht haben. Bro, das Ding ist, wenn er jetzt sagt, Startgeburt 200, er hat es so demotivierend. Motivierend geredet. Ja, weil ich die Waffen nicht gefunden hab, Digga. Mit E+, ich mach 250, geb ich dir. Ja, okay. 300. Oh, Odoman kommt von der Ecke, Digga, der Money Boy. Money Boy Swag. Ja, okay, dann nimm wir 300. Okay. Danke, Odoman, danke. Ich geh schon mal rein. 300. 300. Die haben wir Waffen, hallo? Auf mein Neck. Es gibt keine, es gibt nur die beiden. Was? Die anderen sind nicht gespawnt, Digga. Er hat sie selber gesucht. Oh mein Gott. Hier hast du noch eine, Digga. Pumpgun. Odoman, du wurdest richtig hart gescammt, Digga. Was ist der Fuck? Das war fast wie bei Windows, Digga. Dass dein Windows ein Virus hat. Du musst ein Bitcoin überweisen, Digga. So ein Ding. Ey, Digga, dein Ernst jetzt? Okay. Oh mein Gott. Hä? Wer kann sich mal gar nicht durchgucken? Oh mein Gott. Hallo, verpisst euch. Hey, hat auf! Oh, da seh ich was, Digga. Oh mein Gott. Fischi, Fisch. Oh mein Gott. Okay? Du kannst es nicht verarschen, wir sehen das eh. Okay, andererseits, soll ich den Objekt hier sagen, oder hast du ihn gesehen? Ich hab sie gesehen. Jungs, Startupboot bei diesem Haus liegt bei 450. Das kannst du behalten, Digga. Die Frage ist, räume den Rissfisch und die Mörderwaffe? Ich weiß nicht, Digga. Oder ihr wisst nicht, was in der zweiten Etage ist. Ja, dann nimm das was in der zweiten Etage. Ja doch, Digga, gib mir eine Sekunde, ich sag's dir. Gib mir eine Sekunde, ich sag's dir, Digga. Warte, ich überlege noch ganz kurz, ob ich das kaufen möchte. Ich überlege noch kurz. Das kann man nicht sehen. Ihr könnt ihr nicht sehen. Okay, eine graue Waffe. Oh, du, man behalte 450. Behalte, Digga. Oben ist eine graue Waffe. Seid ihr sicher? Ja. Guck jetzt. Der Fisch, ich sag euch, der Fisch ist zu krank. Ja, Mann. Mit dem gewinnt man. Ja, das ist wild, Digga. Steinkt die Pistole, Digga. Ja, das steinkt. Oh, Jagdgewehr. Oh, wow. Okay, Jagdgewehr wär schon wild gewesen. Aber 450, Digga, für den Schmutz. Warte, 350, 350 und 400. Du kannst doch gar nicht bezahlen. Was? Das ist doch mein Haus. Das ist doch sein Haus. Er muss es nicht selber kaufen. Er meckert es dran. Geh bei vier rein. Ich gucke auf Seite. Okay, da sind nur gute Sachen drin, Odomar. Das habe ich an seiner Reaktion gemerkt. Er wollte es oft demotiviert machen, aber das war so. Er macht jetzt extra so. Okay. Startgebot 400. Okay. Odomar ist raus, weil er nicht genug Geld hat. Ich habe 350. Ja, ja, ja. Ich gebe dir. Habe ich schon ein Haus gekauft? Nein. Ich habe noch null. Okay. Ich gebe dir 300. Nein, hallo. Geht nicht. Und du darfst dir eine Waffe davon nehmen. Mirkan, ich gebe dir 350 und du darfst dir eine Waffe davon nehmen. Warum bist du so, Digga? Ja, Pech. Geht nicht. André, nimm dir das, komm. Hallo, geht nicht. 300. Geht nicht. Er hat mehr geboten. Er hat mehr geboten. Es geht nicht. Oh mein Gott. Ja, dann mache ich 400. Einfach ohne. Ich gebe dir 400, aber ohne Waffe nehmen. Dann los, okay. Ja, okay. Gut. Ja, Reiner. Digga, dein Ernst? Ich dachte, wir wären Freunde, Digga. Warte, warte. Hier, hier, hier. Kann ich hochsteigen. Oh. Zu guter Spaß. Ja, gut. Ja, ist okay, aber ist so ein bisschen Starter. Man hat alles so ein bisschen. Ich weiß, wie ich es so hoch ersetzt habe wegen Tactical. Ja, Tactical ist cool. Es hat keine Shotgun, außer dieser Tüftler. Ich schwöre. Ja. Game Changer. Ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Okay, wir gehen in Haus 5 rein. Das Ding ist, warte, macht nicht mehr Sinn, wenn ich jetzt zuerst verkaufe, dass ich Geld habe. Ja, du hast doch selber schuld. Ja, ist doch selber schuld. Ja, okay, stimmt. Ja, okay, also. 400. Ich bin nicht überzeugt von diesem Haus. 400. Ich bin nicht überzeugt von diesem Haus. Aber man hat auch dann alles. Es gibt so ein Starter Equip. Wäre gut für Odoman, hätte er noch Geld. Startgebot 150. Oh, wild. Ich sage 150. Hä? 200. Warte. Nein, Spaß. Mach. Okay, Odoman gibt 150. Was sagen wir gar nicht? Dribbelig Taktik und spar einfach das Shop. Das ist strong, Digga. Aber du gibst Odoman halt Waffen, wenn du das machst. Du sagst ja, es ist Starter Equip. Also, das bedeutet, es ist noch nichts Ideales drin, mäßig, ne? Das habe ich nicht gesagt. Ja, Odoman nimm, weil ich glaube nicht, dass andere so Gunner-Modus machen würde mit Nummer 50. Okay, hier ist 150, Digga. Hier, viel Spaß, Digga. Ja, die Taschenlampe ist egal, aber guck hier. Die, die, die. Shotgun, Diegel, Digga, ist alles dabei. Ich sage nur Starter Equip. Hä? Besser als keine Waffen, Digga. Ich wollte der zu Odoman sein. Die Shotgun, die Shotgun ist wild. Ja. Okay, wäre es jetzt nicht klüger, wenn ich jetzt nochmal reingehe, damit ich mehr Geld habe? Spaß. Ich wollte nur auf Odoman machen. Okay, geh rein. Das muss mächtig sein, das Haus. Hä, wo ist er denn drin? Bei sechs. Achso. Okay, okay, ich sehe hier aber bis jetzt nur, warte mal, drei Waffen. Wie viel Geld hast du, André? Guck mich an, wie viel Geld hast du? Eins, vier auf den Nacken. Eins, zwei und hier drei. Ja, manche spawnen einfach nicht wahrscheinlich, ist egal. Ah, doch, ich habe es gefunden, okay. Ich sage euch so, ich sage euch so, wir haben hier, deswegen ist der Startgebot, liegt bei 450. Ja, ich wusste, dass er so übertreibt. Weil wir hier eine lilane Waffe haben und eine goldene Waffe haben. Bedeutet, du willst gleich ein bisschen Geld einfach nur für Shop haben und setzt den Preis deswegen so hoch. Nein, 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 nein. Was sagst du, Wilkan? Wie viel hast du? Ich glaube, 1750. 450, Startgebot, Jungs. Ich gebe dir 300 und feuchten Händedruck. Nein, André? Ich gebe dir 450. Ich gebe dir 400. Ich muss 50er Schritte machen. Ich gebe dir 500. André? Egal, was für eine goldene Waffe es ist, ist es geisteskrank, selbst wenn es nur eine Pistole ist. 550. Warum habe ich das gerade gesagt? Ich weiß nicht. Also, ich sage euch noch mehr. Ist es gut, gut? Also, die goldene Waffe ist... Sag bitte eine Shotgun. Digga, ich mache jetzt ein Gebot und auf einmal sagt er noch und gibt da noch Tipps. Gar nichts. Nix. Tschüss. Ich sage nichts. Okay, ich sage nichts. Weil das Ding ist, jetzt sagst du, ja, die goldene Waffe ist nicht so gut, dann sagt man, okay, André. Okay, er kann nehmen, Digga. Was ist die sicher? Ich habe dir ein bisschen Cash klar gemacht. Okay, er kann. Ich glaube, das war aber nicht so gut. Ich gehe schon mal reingucken. Oh mein Gott, Digga. Warum bist du so, Odo, Mann? Warum bist du so, Digga? Das ist die heftigste Pumpgun, die es gibt. Hey, hier sind aber nur zwei... Hier sind nur zwei Waffen, Digga. Nein, 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 nein. Hier, hier noch und hier hinten. Oha, wild. Aber, aber, aber... Ey, es sind nur drei Waffen, Mirkan. Bro, ich sage dir, Zwillingspistolen wild. Die ist wild. Die ist Schmutz. Nein, wenn du aim hast, ist wild. Geil, das ist ganz gut. Und hier, Mirkan. Es gibt noch drei Waffen hier. Ja, ist in Ordnung. Ich schwöre es in Ordnung. Was? Hier, das kann ich nicht über mein Herz bringen. Die war auch dabei, Digga. Aber du weißt schon, Odo, Mann, dass es mit einer der most broken Waffen sind? Ja, die ist übel OP. Die hat 120 und kann zweimal schießen. Okay. Wir gehen zu Shop. Aber warte mal, ich... Nee. Habt ihr schon getauscht, der Arno? Ich hab schon getauscht, der Arno. Okay, back to taxi. Back to taxi, Digga. Minigame. Um zu würfeln, einfach tanzen. Minigame Blackjack. Ja, wo seid ihr? Man kann Münzen kriegen, Jungs. Oh, man kriegt Münzen. Wild, okay. Wir machen das jetzt aber so, dass einer so oft würfelt, wie er will. Und dann geht der nächste. Damit das nicht so durcheinander kommt, glaube ich, oder? Okay, okay. Dann fang ich an. Ja, dann fang an. 10. Okay. Baby, Baby, Digga. Oh, hat er gewürfelt. Gehst du höher? Ich geh höher. 19. Wild. Okay. 350, Jungs. Ich bin drin. Krank. Okay, Mirkan. Nehm ich. Willst du, oder soll ich? Ich, ich mach. Okay. Einfach tanzen? Ja. Du kannst auch hier stehen bleiben und dann zusammenrechnen einfach. Aber warte, wo ist eins? Hier. 50. 10. Okay, 10. 10. Wild, sie hinten bekommen. 16. 16. Gehst du noch einen höher? Ich will gucken, wie viel man da bekommt würde. Einer. Okay. RIP. Okay. Ich bin dran. Digga, danach hast du eine 5 bekommen, ne? Und eine 2. Okay. 6. 8. Plus 4. 10. 19. Du bist bei 12. Hä, ich hatte 6 plus 4. Ihr dürft doch nicht auf den Scoreboard gucken. Die Zahlen da oben. 6 plus 4 gleich 9. Ich sag dir ehrlich, Würfel, Digga. Stimmt, hätte ich Scoreboard gemacht, hätte ich 21 gehabt, ne? Cringe, Digga. Warum hab ich nicht einfach mitgespielt? Manchmal bin ich zu dumm, Freunde. Oh, ach so, Digga, was man sich kaufen kann. Ja, ich auch. Ey, warum hab ich Odoman das Geld gegeben, Digga? RIP. Ehre. Digga, was hat das jetzt gebracht, seine Häuser zu verkaufen, wenn man sich im Shop danach alles kaufen kann? Egal, lohnt sich. Ja, Mirkan macht wieder Dings. Schwitzmodus. Verkaufsautomaten nutzen. Was bringt dieser Dings? Ich bin Team 2. Was bringt dieser Fisch? Der gechillt. Okay, hab ich genau. Ich bin Team 4. Oh mein Gott. Jungs, ready oder wat? Nee. Warte. Noch nicht. Okay. Ich bin ready. Let's go. Ach so. Ach so. Jimmy. Hä, wie hab ich daneben geschossen? Hä? Warte kurz, Odoman. Odoman, warte kurz. Warum? Wie oft willst du noch schießen, bevor du wirklich wartest? Komm, schieß doch mal. Schieß doch mal in meinen Fuß, Digga. Klär, pass. Hä? Wo ist der Schatz, du Hund? Ich hab Mirkan durch das Auto einen One-Shot-Headshot gegeben. No-Scope. Im Sprung. Lügner. Jetzt bin ich deswegen gestorben, andere in deinen Arsch. Ja, Digga, weil du mich angeschossen hast. Junge, die Fähne und der Espring fangt voll ab, Digga. Boah, das war knapp, Odoman. Digga, das war ein Ghosted, Bro. Ja? Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Komm jetzt nicht wieder her, teleportiert, Junge. Ich komm her, teleportiert. Komm. Hallo, ohne Pappen. Los, komm. Junge, man kann ihn nicht treffen, Digga. Oh. Oh, Digga. Radiola mit dem Basel-Bisu. Was bist du? Teleportations-Nations, Digga. Ah, der Fisch gibt nur Schild. Ähm, ich bin, ich hab immer noch ein Leben. Hä, warum? Wir haben nur drei. Hast du schon dreimal gestirbt? Ich bin dreimal gestirbt. Ich bin tot. Danke. Ich bin viermal gestirbt. Ich bin noch mehr tot. Oh, hätte ich den getroffen. Aber du hast getroffen, der war wild. Hä? Momentum-Jump, äh, Fight. Nein! Aber ich hab noch ein Leben. Ich bin erst einmal gestorben. Zweimal gestorben jetzt. Boah, das war so knapp an deinem Ohr, Digga. Digga. Was? Ich würde mir gerade seine Ehren zurückholen. Und ihm durch das Auto einen Headshot geben. Das ist die Katze. Das kleine Gesicht hast du. Digga. Jürgen, die sagen, Postkasten ist OP, Digga. Digga, hä? Yo. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hallo? Wir haben beide... Ihr habt Gleichstand, Bro. Hallo? Einfach Gleichstand. Gab es das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Hika, was? Krank, Freunde. Einfach Gleichstand. Kurs geht raus an Free Winter für die Map. Ihr habt Ehren-Ehren-Aktion. Dafür den Sachs. Wir sehen uns morgen, Freunde. Creator-Code von den Jungs. Außer von Mirkan, weil er hat keinen. Wir sehen uns morgen. Habe ich schon gesagt. Wir sehen uns morgen. Er hat auch fast immer Videos zu sagen. Ciao.